Hallo Kühlbox-Freunde da draußen, es ist endlich der 5. Februar 2020 und es heißt Kühlbox meets NHL. Danke Lufthansa, die Mini-Kühlbox darf hoch in die Kabine. Wahnsinn! Da ist sie also schon mal ganz wichtig. Es geht dann los um 15.45 Uhr über den großen Teich. Folgt mir auf Instagram, da seid ihr immer mit dabei, selbst im Flieger. Und dann sehen wir uns wieder, ja das nächste Mal in Amerika. Schöne Grüße aus München, bis bald, ciao for now! Schöne Grüße aus München